Wir alle sehnen uns nach Frieden, nach Nähe und Geborgenheit, denn kein Mensch ist eine Insel. Gerade jetzt in dieser Zeit, da zündet einer eine Kerze an und dieses winzig kleine Licht hat so viel Kraft, dass es ein Stück der tiefsten Dunkelheit durchbricht. Und brennen hunderttausend Kerzen und nicht nur eine ganz allein, dann kann für einen Augenblick lang plötzlich alles anders sein. Und brennen hunderttausend Kerzen überall im ganzen Land, dann kann man endlich Weihnacht spüren, als reichten alle sich die Hand. Wie oft glaubt man, unsere Träume gehen in der Wirklichkeit verloren. Und wie oft spürt man jede Wärme, wie zu Eis scheint sie gefroren. Da zündet einer eine Kerze an, mit einem Lächeln, einem Blick. Mit seiner Hilfe, seinem Wort schenkt er dem anderen etwas Glück. Und brennen hunderttausend Kerzen und nicht nur eine ganz allein, dann kann für einen Augenblick lang plötzlich alles anders sein. Und brennen hunderttausend Kerzen überall im ganzen Land, dann kann man endlich Weihnacht spüren, als reichen alle sich die Hand. Für einen Augenblick herrscht Frieden, es gibt nichts mehr, was uns trennt. Wenn ein Lichtermeer der Hoffnung aus hunderttausend Kerzen brennt. Und brennen hunderttausend Kerzen. Überall im ganzen Land. Dann kann man endlich Weihnacht spüren, als reichen alle sich die Hand. Dann kann man endlich Weihnacht spüren, überall im Land. Dann kann man endlich die Hand. Untertitelung des ZDF, 2020